Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Da ist meine Erinnerung schon wieder unterwegs. Jetzt ist es auch schon ein bisschen heller geworden. Jetzt sind wir kurz vor dem Berliner Ring. Also gut, sind wir jetzt unterwegs. Gut 30 Minuten. Ja, läuft, läuft, läuft. Alles leer A2. Ich hoffe mal, der Berliner Ring ist nachher auch leer. So wie die Baustellen hier unten. Wir haben ja da die Baustelle am Schönefeller Kreuz. Und ich muss ja nach dem Schönefeller Kreuz hin, um dann nach Berlin von unten reinzufahren. Und wir haben hier noch bei Dreieck-Mutetal, wo es reingeht, 115er Berlin. Da ist auch nochmal eine Baustelle, die ist auch nochmal, ich weiß nicht, 12 Kilometer lang oder so ein Shit. Aber so wie der Verkehr momentan auf der A2 ist, kann auf dem Berliner Ring nicht so viel los sein, denke ich. Weil von der A9 nicht so die Masse heute kommt. Die meisten kommen ja mal über die A2, die Polen. Und die sind noch recht verhältnismäßig ruhig. Also ich bin mal gespannt, ob dann alles so gut durchläuft. Und dann wäre ich kurz vor neun in Wiesdorf zum Abladen. Ich versuche den nochmal zu erreichen, dass der gute Mann aus der Werkstatt Bescheid weiß, dass ich kurz vor neun erst aufschlage. Und nicht schon früher. Nicht, dass der denkt, ich erscheine heute gar nicht mehr. Also, gucken wir mal, was geht. Bis zum nächsten Mal. So, da kommen wir mal von unten rein nach Berlin. Hier haben wir Waltersdorf mit Höfner und Ikea und so einem Krempel. Hier bauen sie gerade wieder neue Hallen. Da wird wohl wieder ein Gewerbegebiet geschaffen oder sowas in der Richtung. Und hier gab es früher mal ne Raststätte. Links und rechts. Das ist schon seit Jahren alles Brachfläche, alles kaputt, alles tot, weil man hier diesen Autobahnzubringer von Berlin raus zugemacht hat. Hier nur noch einspurig eine Brücke weggerissen hat. Also, man hat das hier von der Autobahn im Grunde genommen zu einer Landstraße umgewandelt im Einbahnstraßensystem. Hier haben wir noch die Metro. Die habe ich früher auch im Fernzug beliefert, immer von Berlin aus, vom Großmarkt mit Gemüse. Tja, und das war mal ne Esso-Tankstelle und auf der anderen Seite gab es das auch nochmal. Es verfällt alles nur, alles leer, alles Schrott. So geht das hier langsam bergab. Die Fahrschule ist auch hier zu üben. Aber wie ich sehe, bauen sie jetzt wieder eine neue Brücke hier. Na, ist ja erstaunlich. Jahrelang haben sie hier die Brücke weggerissen und weggelassen. Jetzt bauen sie eine neue. Wollen sie jetzt vielleicht die Autobahn doch wieder anschließen nach Berlin, wenn sie mal irgendwann fertig sind mit der anderen, die sie durchziehen wollen? Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall bauen sie hier neue Abfahrten. Scheint interessant zu werden. Mal sehen, wo das dann hingehen soll, weil hier unten sind ja Gleise. Ich möchte mal wissen, was die hier für einen Anschluss machen. Oder das wird nur ein Anschluss für die Halle da drüben, für das neue Gewerbegebiet. Wer weiß das schon? So, jetzt sind wir schon mal in Berlin drin. Hier hinter haben wir Häuser. Links, rechts, das nennt sich Bohnsdorf hier unten. Gehört zum Bezirk Treptow-Köpenick. Und jetzt kommen wir hier gleich auf die 96a, die dann eben in die Stadt reingeht, wie man hier sieht, Friedrichshain. Aber eben auch, wo man dann abbiegen kann, Richtung Köpenick rüber. Und in die Richtung wollen wir erstmal, weil wir ja zur Wuhlheide rüber wollen. Und dann fahren wir noch an der Trabbrennbahn vorbei. Da hinten noch die Häuser. Jetzt sieht man sie nicht mehr von Schönefeld. Da, das ist also noch Bohnsdorf hier. Und jetzt kommen wir runter auf die 96a und fahren mal rein. So, jetzt sind wir auf dem Adlergestell und hier von rechts kommt jetzt gerade die Zusammenführung rein. Das ist die Strecke, die unten aus Schmöckwitz rüberkommt, wo man dann auch runterfahren kann nach Wildau und Erknau und so eine Geschichten. Ja, also praktisch schon weiter im Süden runter, wo es dann immer grüner und weltlicher wird. Ja, und das Wetter, naja, wir gucken mal. Vorhin sah es ja nicht so schön aus, da sah es aus, als wenn man von Osten grau kommt. Aber jetzt haben wir erstmal nach vorne wenigstens blauen Himmel. Mal sehen, wir müssen ja Richtung Norden. Mal gucken, wie es ausschaut. Also, Norden, naja, Osten ist das ja. Es liegt ja östlich von Berlin. Liegt ja schon wieder auf der B1, B5. Ja, hier sind wir dann mal auf dem Klinikerweg und hier drüben das Gebäude, das ist mal Berlin Chemie. Hier vorne war die Einfahrt. Berlin Chemie, da hätten wir, hier ist auch nochmal eine Einfahrt, aber da vorne war die Lkw-Einfahrt. In meiner ersten Firma, oder der Firma, wo ich dann im Fernverkehr war und zehn Jahre unterwegs war in dem Unternehmen, wo ich auch die Disposition mal gemacht habe und einige andere Geschichten hatte ich ja mal erzählt über meinen Werdegang. Da hatte mein Chef mal eine Anfrage, ob wir für Berlin Chemie mit Medikamente nach Baku fahren würden mit zwei Lastzügen. Baku liegt ja am Schwarzen Meer. Wäre natürlich interessant gewesen, aber leider war dann das Angebot zu teuer. Und das war in den 90ern. Da waren wir schon zu teuer. Schade, wäre bestimmt eine interessante Geschichte geworden. Und dann ist da Baku, das wäre echt cool gewesen. Oh, Diesel 1,47. Na Leute, die Preise senken sich ja ein wenig. Es wird etwas günstiger. Nicht billig, aber günstig. So, jetzt haben wir hier die Schnellverbindung, sage ich jetzt mal, über Spindlersfelder Straße. Von der Kliniker hier rüber nach der Wuhlheide. Das hat man hier alles mal komplett neu gebaut, dass man hier jetzt quer rüber fahren musste und die nördlichen Brücken halt damit entlastet wurden. Und man nicht immer über Köpenick fahren musste, um dann über die Wuhlheide wieder rauszufahren. Hat man hier so eine Umgierungsstrecke gemacht oder eine Ausweichstrecke, Entlastungsstrecke, wie man es halt nennen will. Die haben sich schon wieder schildern mit Umleitung. Bahnhof Köpenick. Ne, da wollen wir nicht hin. Alles klar. Gut. Dass man halt hier schneller mal runterkommt. Ja. Zum, zur Wuhlheide. Hier mal die Spree. Und jetzt wollen wir mal hier runter. Vor uns ist jetzt schon mal die Wuhlheide. Wuhlheide ist bestimmt den einen oder anderen bekannt. Hinter uns liegt jetzt die alte Försterei, das Stadion. Der ist der FC Union, ne? Hier hat man noch Brachgelände. Hier war mal früher irgendetwas. Ich weiß nicht, was genau hier alles war. Und weiter vorne kommt dann der Volkspark Wuhlheide. Hier haben wir noch ein Reisemobil. Ja. Die haben sich auch alle neu gebaut, die ganzen Häuser hier. Also hier hat sich auch vieles verändert auf der Wuhlheide. Hier ist vieles, vieles neu geworden. Aber ein bisschen weiter haben wir hier halt noch. Und dann kommt nachher eben hier der Volkspark. So, hier haben wir dann Freizeit- und Erholungszentrum, Landesmusikakademie, alles hier drin in der Wuhlheide. Ja, und wie man immer wieder sieht, wie es einem vielleicht schon mal aufgefallen ist, wenn man in dem ehemaligen Ostteil der Stadt unterwegs ist, hat man überall noch die Straßenbahn, die so rumgeistern. Die einen sagen Klingel dazu, die anderen Nebenbahnen und wie auch immer. Also es gibt da viele Ausdrücke für. Ja. Aber die ist wirklich nur hier prägnant, weil hier das Schienennetz ja früher total ausgebaut war. Im West-Berlin gab es sowas ja nicht. Da hatten wir ja nur unsere Busse. Und der Kollege, der ist müde, schläft oder gibt da jetzt Gas. Ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir mal auf der Tresco-Allee. Hier bauen sie schon seit drei Jahren geführt rum. Haben erst drüben die Seite gemacht. Da, also vielmehr, ja, haben sie mal was gemacht. Dann haben sie die Schienen gemacht. Dann haben sie jetzt wieder drüben alles aufgerissen, weil sie jetzt Rohre verlegen. Ja, und irgendwann werden sie dann die Seite hier auch nochmal machen, denke ich mal. Und, ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das dann hier werden soll. Also hier werden sie sich noch einige Jahre beschäftigen. Da haben wir übrigens wieder so eine kleine Klingel oder Straßenbahn oder wie auch immer. Ja, und hier vorne ist dann auch die Trabrennbahn. Die verbirgt sich dann nämlich hier hinter. Da ist das alte Eingangsgebäude. Da bauen sie gerade eine neue Tribüne. Und hier sind sie wohl schon wieder zu Gange. Jetzt müssen wir erst mal kurz die Verschränkungen mitnehmen. Die Straßenbahn kommt gerade nicht. Erstmal hier rüber. Eieiei, Junge, der hat sich jetzt auch gezimmert, ey. Das sind noch alte Gebäude, wie man es ja sieht. Und das ist hier dann schon eine Trabrennbahn. Ach, die haben hier heute Flohmarkt hier vorne. Ach, guck an. Da ist auch noch ein altes Gebäude hinter von der alten Trabrennbahn. Ja, die sieht man jetzt leider nicht mehr so gut. Und da kann man nur noch ein bisschen was erahnen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch was machen auf der Trabrennbahn. Keine Ahnung. Ich denke, das hat sich alles nach Mariendorf verlagert. Ich denke mal, die haben sie hier zugemacht. Aber genau weiß ich es nicht. So, und jetzt sind wir hier oben am Berliner Tierpark. Also der Zoo praktisch vom ehemaligen Ost-Berlin. Also wir haben den Berliner Zoo aus dem Westen und den Tierpark hier immer noch im ehemaligen Ostteil der Stadt. Jetzt ist es ja Friedrichshain hier, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber das ist hier jetzt alles. Hier hinter sind auch die Freigehege. Und dann kommen ja auch gleich die Wohnhäuser ran. Ja, Friedrichsfelde ist das hier. Und der steht hier schon wieder so rum. Also hier muss man auch aufpassen am Samstagmorgen. Auch wenn die Straßen leer sind, die Leute gammeln einfach mal so rum. Ja, jetzt kommen wir jetzt hoch zur B1, B5. Und da biegen wir dann schnell mal ab. Und dann sind wir ja schon in Biesdorf. So, nun sind wir schon mal in Alt-Biesdorf. Wir haben es schon mal so weit geschafft. Das ist schon mal echt gut. Hier sind auch noch viele, viele alte Überbleibsel. Aber nicht nur aus der DDR-Zeit, weil das Haus ist noch viel älter. Und wenn man hier weiter geradeaus fährt, da, wo wir nachher an der Hauptkreuzung abbiegen, die kommt ja da vorne, wenn man da noch so vielleicht 1.000 Meter weiter geradeaus fährt, dann kommt auf der linken Seite die uralte Schnapsbrennerei Schilkin. Kennt man von einigen Likören oder auch vom Schilkin-Wodka her. Das kommt alles hier unten aus Biesdorf aus der Ecke. Jawohl, uraltes Unternehmen. Ich weiß gar nicht, 1800 irgendwie so gut gründet, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Ja, jetzt tun wir hier noch über die alten Betonplattenstraßen. Die sind wirklich immer noch original. Ich bin erstaunt, dass sie die nicht schon weggeguckt haben. Hier haben wir noch mal die Kirche von Alt-Biesdorf auch noch aus alten Feldsteinen gemacht. Hier haben wir noch alte Stallungen von früher. Und jetzt biegen wir hier mal ab Richtung Wuhlheide runter. Und wenn man, wie gesagt, hier noch geradeaus fährt, an der zweiten Ampel dann auf der linken Seite, da kommt dann die Schilkin-Brennerei, Schnapsbrennerei. So, und jetzt wird sich gleich zeigen, ob der gute Mann noch da ist oder ob er schon abgehauen ist. Und ich bin gespannt. So, und da sind wir dann mal wieder. Wir haben schon wieder auf der linken Seite das Netto und genau da sind die Feuerwehrfahrzeuge und genau da wird wir rein. Vorne das Tor ist zu, das hat man mir schon gesagt. Das Tor hier ist auch zu. Scheint wohl so, als wenn er schon weg wäre. Aber ich bin gespannt. Wow, wow, wow. Ei, ei, ei. Immer diese Verschränkung hier. Nein, das ist offen. Ach, wunderbar, dann ist er auch noch da. Ach, dann haben wir ja noch mal Schwein gehabt. Ich hoffe es jedenfalls. Ich glaube nicht, dass sie das Tor so offen lassen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber jetzt ist hier heute natürlich alles mit Pkw zugeparkt. Das ist natürlich echt blöd. So, na gut, dann gehen wir mal gucken. Tja, Leute, hier nochmal die Fahrzeuge. Die habe ich ja noch nicht gezeigt. Einmal der Fiat Ducato, 2,8er Diesel. Sauger, Allrad. Echter Allrad. Könnte gucken. Da ist die Antriebswelle. Jawohl, Karnanwelle. Und hier hinten haben wir die anderen Antriebswellen. Also, Differenzial, ein echter Allrad. Habe ich gar nicht gekannt. Und hier haben wir den alten 407er Vorgänger. Vom Vario, Standard. Nix mit Allrad. Stinkt normal. Aber schwer sind sie beide. Aber der ist cool. Als Allrad hatte ich nie auf dem Schirm. Nicht schlecht. So, und jetzt werde ich abladen. Der gute Knabe ist noch da. Tja, Leute. Es hat mal, ich muss das wieder runtermachen hier. Es hat mal wieder funktioniert. Die Rechnung ist aufgegangen. Ich bin den ganzen Krempel noch losgeworden. Das war jetzt wichtig, weil das ist jetzt für Montag wichtig. Aber dazu komme ich ja erst am Sonntag. Also sprich morgen. Da werde ich dann die Auflösung raushauen, warum das heute auf den Samstag noch runter musste. Warum ich die Fahrzeuge noch zustellen musste. Das hat alles so einen bestimmten Grund. Ja, aber den erfahrt ihr morgen. Jedenfalls bin ich den ganzen Krempel los. Bin glücklich. Alles ist gut. Wunderbar. Es könnte nicht besser sein. Der Freitag war schön. Und das Schlusswort schmeckt dem einen oder anderen vielleicht nicht. Das ist mir jetzt aber auch egal. Damit müsst ihr leben oder auch nicht. Aber der Samstag hat die Woche nochmal getoppt. Das heißt, ich hatte Mittwoch, Donnerstag zwei völlig verkackte Tage. Dafür hat das der Freitag und der Samstag wieder gut ausgebügelt. Aber wenn es jetzt so wackelt, ich habe hier wieder Betonkirrenstraße. Tut mir leid. Ja. So, jetzt geht es Richtung Heimat. Jetzt kämpfen wir uns noch durch die Stadt. Hier ist ja noch ein bisschen entspannter. Mal sehen, je mehr wir Richtung Zentrum reinkommen, also Reinick, Dorf, Veding, nach oben, Bornholmer Straße, umso voller wird es werden. Und dann, denke ich mal, jetzt werden wir noch eine Stunde brauchen. Dann ist es 11, 10.30 Uhr, bis ich dann mal am Stellplatz bin. Noch nicht zu Hause, nur am Stellplatz. Bis nach Hause muss ich auch noch. Dauert dann auch noch mal einen Moment. Aber so ist es halt. Das sind manchmal die kleinen üblen Dinge an diesem Beruf. Aber den haben viele andere Berufe auch. Denn es ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Und wenn man den Beruf lebt, dann hat man damit ja gar kein Problem. Außerdem ist Samstag ein ganz normaler Arbeitstag. Zumindest für die meisten ein halber Tag. Abgesehen jetzt Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus, Busfahrer, unser einer. Die haben immer volle Tage. Oder Samstags kann man ja auch einen halben Tag machen, wenn man möchte. So, jetzt erst mal ab vom Osten der Stadt in den Nordwesten der Stadt. Einmal durch. Ja. So, hier vor uns haben wir dann mal wieder mal die Schönhauser Allee. Wenn man jetzt nach links fährt, kommt man zu dem legendären Imbiss Kurnopke. Legendäre Currywurst. Über altes Familienunternehmen. Heute die Tochter. Hat der Vater mal gegründet. Oder der Opa. Irgendwie so wandert. Ist schon überuhr alt. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, in den 60er Jahren wurden die gegründet. Bin mir aber nicht so sicher. Ja, und jetzt geht es hier eben weiter Bornholmer Straße. Direkt vor uns dann daher wieder die Bornholmer Brücke, wo früher mal der Übergang war. Dazu hatte ich ja auch schon mal was erzählt. Der innerstädtische Übergang von West zu Ost-Berlin. Hier, wo die Menschen dann auch 89 rübergelaufen sind. Die Fokus dann irgendwann mal die Grenze abfallen lassen, wo sie gar nicht mehr wussten, was los war. Als dann irrtümlicherweise verkündet wurde, dass der Grenzübertritt ohne Visum ab sofort gilt. Da sind ja die Menschen ja nachts losgelaufen. Das sollte erst am nächsten Tag morgens um fünf bekannt gegeben werden. Aber da hatte denn derjenige, der gerade da das Sagen hatte, mir fällt gerade der Name nicht ein, nicht die passende Information dazu. Ja, gibt es auch eine sehr schöne Dokumentation drüber. Ja, ist sehr interessant. Ja, also bis jetzt sind wir sehr gut wieder durch die Stadt durchgekommen. Das ist jetzt echt gut gelaufen. Gesamt gefahren sind wir bis jetzt 2 Stunden 28 seit Ciesa heute Morgen. Also alles in allem schon ein sehr erfolgreicher Samstag, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier nochmal die letzten Straßenbahnschienen. Hier nochmal dann eben die Straßenbahnklingel oder Nebenbahn, wie man sie halt nennen möchte. Andere Menschen haben vielleicht noch andere Bezeichnungen dafür. Das hat man nach der Wende hier erst wieder hergerichtet, weil das ist ja hier die Grenzbrücke, die Bornheimer Brücke. Das war ja hier dann schon die Grenzbrücke West-Ost. Hier war Nixterne. Und da hat man dann die Straßenbahn hier ausgeweitet, die gesamte Seestraße runter bis zum, früher hieß es Rudolf-Hürchow-Krankenhaus. Jetzt ist es Vivantes. Genau, Vivantes. Und damit sind wir dann auch schon in Reinickendorf. Wie haben die das zusammengelegt? Reinickendorf-Wedding oder so? Ich weiß jetzt nicht so genau. Die haben ja hier alles umgemodelt in dieser Stadt. Wie da die ganzen Bezirke jetzt heißen, wie sie zusammengelegt worden sind, kann ich euch alles gar nicht sagen. Wie war das vorhin? Treptow-Köpenick und dann, ich weiß gar nicht, Marzahn. Marzahn-Hohenschönhausen. Ich glaube, die stehen alleine. Oder Hohenschönhausen, Friedrichshain. Ich weiß nicht, ob das alles zusammengemischt ist. Ich kann euch das überhaupt nicht mehr sagen. Ich bin da völlig raus. Spandau ist Spandau geblieben, Gott sei Dank. Und wie die das hier alles gemacht haben, Kreuzberg und Mitte gibt es noch. Früher war ja jeder Bezirk für sich. Und dann hat man alles zusammengelegt, um das verwaltungstechnisch einfacher zu machen. Und genau das Gegenteil ist natürlich eingetreten. Es ist ja immer so, wenn man Personal sparen möchte und alles vereinfachen möchte, wird es immer schwieriger. Und man braucht auf einmal immer mehr Personal. Das ist alles nur noch Radebüchen. Alles nur noch blöd. Und nichts funktioniert, nichts läuft. Jedes Bürgeramt ist hier komplett überlastet und überlaufen. Von daher, das ist alles nur noch krank hier. Alles nur noch per Internet, wie gesagt. Wenn Termine machen. Und dann bekommst du keine Termine. Wenn du einen Ausweis machen willst, kannst du nur heute für heute buchen, aber nicht heute für morgen buchen. Und dann willst du morgens um 8 Uhr machen, sie die Seite auf und dann ist schon alles ausgebucht. Hä? Wie geht das? Das ist alles nur noch blöd. Da hatte ich echt Probleme mit der Führerscheinverlängerung. Das zu machen, das ging über Internet gar nicht. Da musste man dann vorbeifahren. Und sich dann... Ja, durch die Sonne gar nicht. Die Sonne steht. Die Sonne steht. Ja, jedenfalls musste man da dann vorbeifahren. Da den Betteln und Knien und begreiflich machen, dass ich nicht die Zeit habe, am Mittwoch um 9 Uhr da zu sein. Das verstehen die Menschen ja nicht. Auf dem Amt, die wissen ja nicht, was ist Fernfahrer, Lkw-Fahrer. Für die ist ja jeder Beruf immer am Abend zu Hause. Normal. Und der kann ja auch zwischendurch da mal vorbeikommen. Gar kein Problem. Also das war schon eine ganz schöne Prozedur. Und ja, das ist immer dieses Schöne, wenn alles übers Internet läuft. Weil wir ja alles nur noch modern und digital machen, nur die Infrastruktur nicht funktioniert. So, genug gequatscht. Wir toben die Seestraße weiter runter. So, damit sind wir dann mal Seestraße auf die Stadtautobahn raufgefahren und haben hier ein paar Jungs mit ihren Motorrädern. Alte Motorradgespanne hier. Wie das aussieht, wollen die wohl irgendwie in den Urlaub fahren? Kann ich mir ja fast gar nicht vorstellen. Leute, Leute, Leute. Echt alte Maschinen hier, die Dinger. Echt schon hart. Aber Reservereifen dabei, Flasche dabei. Also die wollen echt in den Urlaub. Sieht so aus, ja. Ja, das sieht wohl so aus. Der hat sogar, was hat der denn? Der hat ja ein ausländisches Nummernschild, der hier mit der roten Maschine. Sieht ja fast aus wie italienisch oder so. Und dann guck an. Das ist ja mal ein Ding. Na, sowas sieht man dann auch mal. Auch nicht schlecht. So, jetzt sind wir auf London in Siemensstadt. Weil ja hier riesengroß Siemens früher zu Hause war. Wir haben hier noch das alte Gebäude, Verwaltungsgebäude. Hier, wo die Halle ist. Da war früher mal ein riesengroßer Siemens-Mitarbeiterparkplatz. Hier der S-Bahnhof, der weiter zerfällt. Haben sie das Dach jetzt runtergenommen. Das war Verwaltungsgebäude hier früher nur. Hier war mal meine Oma früher drin. Und dadurch hat diese ganze Gegend hier den Namen Siemensstadt bekommen. Weil hier auch sehr viele Siemens-Angestellte auch gewohnt haben. Sind noch sehr viele alte Bauten hier. Gerade auf dem Nonnen-Damm hier auf der Hauptstraße. Sieht man ja auch noch, dass hier viele alte Gebäude stehen, die den Krieg überlebt haben. Beziehungsweise wieder aufgebaut wurden danach. Da haben wir noch Siemens-Turm. Also Siemens erstreckt sich auch hier hinter noch die ganzen Gebäude. Das ist einmal riesengroß hintenrum am Rohrdamm lang. Fürstenbrunner Weg. Ja. War schon ein riesen Areal. Auch hier vorne, hinter der Kreuzung geht es dann weiter mit Siemens. Und hier wurden oder werden noch, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht mehr, hier, wo man das jetzt sieht, da drüben, da links, das Siemens-Riesengroß. Das war die Fabrikation für riesengroße Siemens-Trafos, die auf Tiefladern gefahren wurden. Da wog dann so ein Trafo in der Kiste verpackt, 100 Tonnen und mehr. Da kamen also schon richtig riesengroße Schwerlastzüge zum Einsatz, die dann hier nachts immer rausgefahren sind und auch nur alleine mit 5 kmh über die Rudolf-Vissel-Brücke früher schon nur fahren durften, durch die hohen Schwingungen. Und das Areal geht jetzt hier vom Nonndamm bis hier hinter hoch zur Motorsstraße und dann hinten die Motorsstraße lang. Und im Anschluss finden wir dann noch die Firma Osram, die haben hier die Neonröhren hergestellt und Glühlampen und allen Krempeln. Das ist auch alles lange vorbei, hier machen sie nur noch LEDs, aber auch nicht mehr so wie es früher war. Das ist alles hier Siemens. Auch auf der Seite hier haben wir noch Siemens, riesengroß. Hier war noch ein Teil, ich weiß gar nicht was hier alles drin war, das gehörte zwar nicht mehr zum Transformatorenbau, aber das ist alles noch riesengroß. Und jetzt haben wir dann hier BMW, das hat der Mercedes mal verkauft, äh Mercedes, Siemens mal verkauft und das hat sich dann BMW geholt. Und seitdem ist BMW Nefzka hier. Da hinten haben wir das Hochregallager von Osram, steht auch noch dran. Riesengroß da hinten. Da sind wir ja sonst immer über die Motorsstraße hinten dran vorbeigefahren, wo die Gleise gefehlt haben. Das hier ist schon Osram. Entwicklung, weiß der Geierwatt, Kantine, irgendein Krempel, alles hier drin. Und hier war dann früher die Haupteinfahrt. Die habe ich im Nahverkehr immer die Verpackung nach hinten gebracht zum Hochregallager. Ja, das ist schon alles uralt und jetzt ist kaum noch was los. Ja Leute, angekommen. Weit, weit weg von zu Hause natürlich, ist ja klar. Es gibt ja nichts. Warte mal, ich muss mal die Kamera putzen, das sieht so dreckig aus. So, jetzt nochmal. Ach, das ist die Sonne, also noch nicht der Dreck. Ja, also noch weit, weit weg. Ich habe jetzt mein Fahrrad runtergeholt, werde jetzt mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Und da geht es dann die Richtung immer geradeaus. Da steht der Drahtesel schon fertig gemacht. Ja, also, Schilkin wurde von Schilkin Aleksandr Dorvonitsch gegründet, 1948. Das war ein deutscher Unternehmer aus St. Petersburg. Der hat das gegründet, wurde dann 1971 von der DDR übernommen, also raus aus der Privatisierung. Wurde dann ein VEB-Betrieb und dann wurde es wieder zurückgeführt nach der Wende. Wir haben es heute Schweinewindisch. Windig? Oh, windisch. Windig. Ja. Und wurde nach der Wende ihm wiedergegeben. Er hat es dann noch zwei Jahre, obwohl er schon pensionär war, noch geführt und hat es dann an seinen Sohn abgegeben. Ja, der Mann ist dann auch mittlerweile gestorben, als ich 2007, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist der Mann gestorben. Ja, war auch blühender SPD-Anhänger. Und das war mal die Geschichte zu Schilkin, also 1948 gegründet von einem St. Petersburger. Heute würde man sagen, ein böser, böser Russe. Aber alle trinken die Liköre und Schnäpse und sowas, was sie herstellen, da denkt keiner drüber nach. Ja, solange es schmeckt, ist alles immer schön. Dann ist man ja auch der Gute. Ja. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt dann mal da. Wir haben es jetzt auch dreiviertel zwölf. Jetzt nochmal eine Viertelstunde ungefähr mit dem Fahrrad und dann bin ich vor der Haustür. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Macht's gut und morgen kriegt ihr die Auflösung. Was Montag passiert, das wird spannend. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.